Hey Leute, kurzer Nachtrag zum letzten Video und Rätsel. Das wahrlich wackelige Windei hat hier einiges an Kommentaren ausgelöst, was mir zeigt, dass ich da in meiner Analyse oder meiner Ausführung einfach noch nicht vollständig war und das können wir hier vielleicht noch mal ganz kurz nachholen. Erster Hinweis von Ricardo Punica, kannst du bitte am Ende noch mal die gesamte Verteilung offen zeigen, würde das Nachvollziehen für mich noch mal kompletieren. Damit starten wir also hier und zwar so sieht die Verteilung aus. Wir hatten das ja hier aus Sicht von Mittelhand betrachtet. Der Alleinspieler hat hier wirklich ein ziemlich grottenschlechtes Spiel. Fünftrumpf, Pik, aber ohne Volles, ohne Kreuz Bube, ein Ass an der Seite und hat jetzt gedrückt Herz 7 und Kreuz 10. Vorhand hat 4 Trumpf dagegen, eine blanke Karolusche und hat in dem Fall jetzt das Kreuz Ass aufgeschlagen. So war also der Verlauf, Kreuz Ass, Kreuz König, Kreuz 7, 15 Augen, sicher auch mit 4 Trumpf nachvollziehbar, nicht unbedingt blank auszuspielen, obwohl es mit offenen Karten die stärkste Eröffnung ist, die Karo 8, aber Kreuz Ass ist schon die zweitstärkste Eröffnung und führt bei komplett perfekten Spiel auch immer noch im Idealfall zum Ergebnis über 80 Augen. So, Kreuz Dame hinterher, Vorstich, Pik 10, Kreuz 9, das sind 28 und jetzt kam ja hier erstmal die Herz Dame, nachvollziehbarer Zug, erstmal die Karte klären, auch für den Partner Stechfarbe suchen und Stechfarbe wurde gefunden. Jetzt Dame, Pik König, Pik Lusche. So, ich leg die Karten jetzt hier mal extra noch mal verdeckt neben den Skat, dass wir den Skat gleich noch mal sehen. Dann kam jetzt Pik 7, der Spieler hier geht noch nicht mit dem Ass rauf, sondern nur mit der 9. Wir mussten mit dem Kreuz Buben übernehmen und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich gesagt habe, Leute bitte nicht Herz nachspielen, wenn ihr hier sowieso den 5-Trümpfer schon erahnen könnt oder erkennen könnt. Es ist fast immer ein Fehler, diese Farbe noch mal nachzubringen, weil es dem Alleinspieler einen extra Stich schenkt. Die Gabel-Endspiel ihn auch begünstigt, also mit so einem Zug kann man hier schnell mal über 20 Punkte liegen lassen. Und da kam jetzt folgender Kommentar vom Skata. Hi Daniel, im fünften Stich, Herz nach, ist auch immer Verlust für den Alleinspieler. Karo mache ich nicht auf und wir gewinnen immer mit 60. Deine Analyse heute hat mich nicht überzeugt und ist wohl auch nicht ganz richtig. Ich freue mich immer über deine Beiträge, aber die Rätsel in der App werden immer leichter. Gut Skata, also erstmal den letzten Punkt vielleicht ja, dieses war nicht unbedingt das schwerste Rätsel in der App, wo man dann auch vor allen Dingen mit beiden Karten dagegen spielt. Da wäre es sicher eine Verbesserung, auch im Gegenspiel mal nur eine Hand zu führen. Daran arbeiten wir noch. Insofern ja, nicht das schwerste Rätsel, aber mit verdeckten Karten eben eine ganz andere Geschichte und wo ich natürlich viel lieber noch mal drauf eingehe, ich habe dich nicht überzeugt, die Analyse wäre nicht richtig und 60 immer möglich. Gut, man kann es mal analysieren. Wenn jetzt die Karo 9 kommt, dann bekommt die Gegenpartei im Idealverlauf 77 Augen. Wenn jetzt die Herz 9 kommt, bekommt die Gegenpartei maximal noch 66 Augen, wie hier auch im Rätsel. Allerdings, und das wird ja hier nicht berücksichtigt, nur mal angenommen, der Alleinspieler hätte jetzt sich etwas anders gedrückt, hätte die Idee gehabt, die Kreuz 10 zu dritt oben zu lassen und den Karo König zu drücken, was ja auch mal eine Idee ist, so schlecht wie das Spiel war, einfach zu hoffen, dass Kreuz auf den Tisch kommt. Und dann kommt jetzt hier Herz 9 hinterher. Dann sieht die Geschichte nämlich schon ganz anders aus, denn ist das hier tatsächlich der entscheidende Fehler, der dazu führt, dass der Alleinspieler das Spiel plötzlich im Schweinsgalopp gewinnt. Und zwar wirklich im Schweinsgalopp, denn er kann jetzt hier die Kreuz 10 noch abziehen, er kann jetzt hier noch das Karo Ass abziehen. Und jetzt gibt es ja den Zwangsvorstich, den es im Rätselverlauf auch gab, allerdings ohne, dass die Gegenspieler jetzt überhaupt noch was dagegen tun konnten. Und der Alleinspieler gewinnt plötzlich mit 69 und das vielleicht ist hier am ehesten die Begründung dafür, warum also auf keinen Fall jetzt hier noch mal der Herz hinterher kommen sollte. Das ist einfach eine schlechte Karte, eine schwache Karte, die aber eben von vielen Einsteigern, Anfängern gerne gespielt wird. Noch ein zweites Mal den Spieler auf Trumpf setzen und das ist eben gegen fünf Trumpfe einfach keine gute Idee. So und dann hatten wir noch die letzten Kommentare von einigen von euch. Ich lege das jetzt hier mal wieder so zurück, wie es tatsächlich gedrückt war. Kreuz 10 war im Keller, Kreuz 8 war noch hier, Karo 9 war noch hier. Es gibt noch Nebenlösungen. Also ja, nachdem jetzt hier dieser Stich gelaufen ist, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn mit der hier gezeigten Karte, gibt es Wege auf 60 und zwar folgende. Der Alleinspieler hat jetzt Karo As gezogen, Karo As 8, 9 und auf die nachgespielte Lusche kann natürlich der Spieler hier auch, im Rätsel zumindest ist das möglich, auf die Idee kommen, einzustechen. Das hat er in real natürlich nicht getan. Da fällt hier die Kreuz 8, aber logisch im Rätsel übernehmen wir ab dieser Position. Da können wir jetzt auch diese Stellung nachvollziehen, die auf 60 läuft mit Pik As Einstich und dann Kreuz 8 vor mit Herz As Legung. Aber das sind natürlich jetzt Nebenwege, über die ich jetzt nicht so viel gesprochen habe, weil das hier nicht die Essenz dieses Rätsel oder dieser Aufgabe war, so eine abwegige Verteilung. Es geht ja auch vor allen Dingen immer darum, mit verdeckten Karten so plausibel zu spielen und da kannst du auch den Partner nicht steuern. Tatsächlich muss jetzt in so einem Verlauf der Spieler eben hier auch auf die Idee kommen, jetzt auf die Kreuz 8 sein Herz Ast fallen zu lassen und das wird er sicher am Tisch schwer finden. Da legt er hier vielleicht dann auch nur einen König rein und schon ist das Ding wieder gewonnen. Also ich hoffe, dass ich damit die Geschichte jetzt nicht zu sehr verschlimmert habe, noch ein bisschen im Detail aufgeklärt habe, die eine oder andere Sache noch rund geschliffen oder klargestellt habe und hoffe, dass ich euch damit überzeugen konnte, wenn ihr es denn nicht schon vorher wart. Dann kann ich mich hier nur noch mal den Worten von Riccardo anschließen. Ich wünsche ein schönes Wochenende allerseits und wie immer Gut Blatt! Bir Untertitelung des ZDF, 2020